Ja, Ann-Sophie Richter von den Handbuchmachern. Du bist ja bei uns im Team diejenige, die für das Thema Microsoft-Überführung von Handbuchinhalten sozusagen zuständig ist. Magst du mal erzählen, was sind denn so die Herausforderungen der Kunden, wenn sie denn dann mit diesem Anliegen zu uns kommen? Gerne. Also vielleicht in der ersten Instanz haben sie ja mit dir zu tun, um das Handbuch überhaupt zu schreiben. Das heißt, wenn da die Struktur steht und die Inhalte stehen, komme ich ins Spiel und mache mir Gedanken, wie können wir es in der Microsoft-Welt abbilden. Da ist die ganz typische Antwort der SharePoint in Verbindung mit Microsoft somit das bekannteste. Vielleicht eher bekannt für die klassischen Team-SharePoint-Seiten, wo Dokumente einfach abgelegt werden. Und Microsoft bietet aber die Möglichkeit, intranetartige Strukturen aufzubauen, dass es ein bisschen so einen Website-Charakter bekommt, wo man vielleicht eher Inhalte bereitstellt, die eher lesend zur Verfügung stehen sollen. Also typischerweise vergleichbar mit deinem Handbuch zum einen in Textform und zum anderen eben, um Dokumente strukturiert abzulegen und dann mit einer schönen CI und einer schönen Aufmachung direkt in der Microsoft-Welt, wenn man denn da das ganze Konstrukt sowieso schon aufbaut. Das heißt, du bist diejenige, die dann meine Handbuchinhalte, also den ganzen Content, der da drin steckt, in wunderschöne SharePoints baut. Also du baust auch die Oberflächen und musst im Zweifelsfall auch E-Mails migrieren und so weiter. Also diese ganzen Kleinigkeiten, machst du die auch? Genau. Also ich kümmere mich zum einen um das grundlegende Setup, um überhaupt eine Organisation oder eine Firma in die Microsoft-Welt zu ziehen. Baue sozusagen da diesen sogenannten Microsoft-Tenant für die Firma auf. Und wenn das passiert ist, dann kann man eben Inhalte entsprechend überführen und kann da Intranet-mäßig alle möglichen Dinge aufbauen. Also zum einen Dokumentenbibliotheken ganz stumpf, ohne jetzt, dass die schön designt sein müssen. Aber wenn man eben in Richtung Intranet geht, dann ist es eben mit einer schöneren Lösung und einer schöneren Oberfläche verbunden und das setzt sich alles auf. Genau. Warum kommen eigentlich die Kunden zu uns oder zu dir und sagen, Mensch, wir haben ja eigentlich schon ein Handbuch, aber wir möchten das jetzt gerne nochmal in die Microsoft-Welt. Überführen. Welche Vorteile haben die denn davon? Also ich würde mal behaupten, der größte Vorteil besteht darin, dass dann alles zentral in einem System liegt. Dann hat man nicht mal diesen Flickenteppich, wie man es vielleicht typischerweise über die Jahre hinweg kennt. Jeder hat für sich eine Lösung. Der eine Mitarbeiter benutzt das und das Tool, der andere Mitarbeiter benutzt aber vielleicht ein ganz anderes. Dass man da einfach einen grundlegenden Standard schafft und alles zentral abbildet, weil eben mit Microsoft 365 wahnsinnig viel möglich ist. Das heißt, wir sind nicht nur ortsunabhängig darüber letztendlich bereitgestellt mit unserem Geschäfts-Know-how, sondern es liegt wirklich alles bei Microsoft und wir haben diverse Anwendungen, um darauf zuzugreifen und damit arbeiten zu können. Also mit dem Know-how, was du gebündelt in deinem Handbuch hast, was wir in die Microsoft-Welt überführen wollen, können wir weiterarbeiten und haben da eben entsprechende Oberflächen und Anwendungen zur Verfügung, um damit weiterzuarbeiten. Also ja, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, alles zentral mit einem System. Wie kommt denn jemand wie du im positiven Sinne dazu, sich mit so einer Materie wie Microsoft zu beschäftigen? Ich würde mal ganz stumpf sagen, es ist einfach am Markt die dankbarste Lösung, um relativ viele Schmerzpunkte von den jeweiligen Kunden und Kundinnen mit einer Antwort zu beantworten. Das heißt, Microsoft bietet wahnsinnig viel, um viele Dinge abzuarbeiten, beziehungsweise viele Punkte einfach im Alltag besser zu gestalten. Und da hat meines Erachtens nach Microsoft kaum eine Konkurrenz am Markt. Und wie ich dazu gekommen bin, ich habe BWL mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert. Das heißt, ich bin jetzt nicht unbedingt der absolute Techie, der sich hinsetzt und irgendwie deep irgendwas codet, sondern ich bin eigentlich eher so die Schnittstelle zwischen dem Management und der IT. Und da ist Microsoft halt eine wahnsinnig gute Antwort, weil da schon relativ viel im Standard vorhanden ist. Das heißt, man muss sich eigentlich nur hauptsächlich in den Kopf machen, wie strukturiert man es, wie stellt man es dar und dann hat man mit Microsoft schon ein wirklich wunderbares Setup. Ja, vielen lieben Dank, Ann-Sophie. Das war ein wunderbarer Einblick in deine Arbeit bei den Handbuchmachern. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, beziehungsweise mit Ann-Sophie und mit den Handbuchmachern arbeiten möchten, dann unter www.handbuchmacher.de slash Wissensmanagement.